Christian, was gilt es denn besonders zu beachten, wenn ich mich vegan und ketogen ernähren will? Und da sage ich nur eins, achte auf deine Mikronährstoffe. Was kann da helfen? Nöchte ich die Superfoods. Und genau darum geht es heute in dieser Question and Answer Episode des Vegan Podcasts. Hallihallo ist hier dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, ich hoffe doch hervorragend, auch wenn du dich gegebenenfalls gerade vegan ketogen oder vegan low carb oder irgendeine Diät dich befindest und dich ernährst. Ich hoffe, dann geht es dir gut, denn viele haben damit erstmal Probleme, dass ihre Nerven flattern, dass sie relativ schnell an der Decke sind oder generell eben irgendwie weniger essen müssen. Heute hat mich aber eine Zuschauerfrage erreicht und die hatte ich dir gerade vorgelesen. Vegan und ketogen, da wird es dann schon relativ knapp mit dem, was du essen darfst. Du lernst aber heute, was du essen darfst und vor allem auf was du auf jeden Fall achten solltest. Denn das war hier die Zuschauerfrage und da wir diese Woche in der Superfood-Reihe sind, werde ich dir auch dazu ein paar Superfoods vorstellen. Denn die helfen definitiv in der veganen ketogenen Ernährung. Ja, was darfst du denn überhaupt essen, wenn du dich ketogen, vegan ernährst? Vielleicht fangen wir mal damit an. Also da sind wir natürlich bei den Klassikern Tofu und Tempeh, sehr eiweißreich, auch fethaltig, fast keine Kohlenhydrate. Denn da geht es ja um die ketogene, vegane Ernährung, dass du hier Kohlenhydrate, vor allem verarbeitet Kohlenhydrate, definitiv meidest. Und dann haben wir natürlich viele Gemüsesorten, die sehr eiweißhaltig sind, wie beispielsweise Pilze, wie Brokkoli, wie Zucchini, wie natürlich Sprossen, ganz, ganz wichtig. Du kannst aber auch Artischocken, Zwiebeln, Sellerie und natürlich ganz viel grünes Blattgemüse, sowie Salat essen. Und auch, falls du sie verträgst, alle Kohlarten. Und die bringen natürlich jetzt im Winter genau gerade viele Mineralstoffe, Mikronährstoffe mit, die du brauchst. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Was darfst du an Obst essen? Da wird es dann schon ziemlich dünn. Ich wüsste jetzt nichts außer Beeren, die dir auf jeden Fall helfen. Beeren natürlich auch sehr, sehr hoch an Antioxidantien, OPCs. Von daher sind das die Obstsorten der Wahl, wenn du sie zu Obst zählen möchtest. Aber auch fettiges Obst wie Avocado zählt dazu. Kokosnüsse, absoluter Burner in der veganen, ketogenen Ernährung. Mit Kokosnuss wird ganz, ganz viel gemacht. Und du darfst natürlich Fette essen. Da ist zum Beispiel Kokosöl ein richtig gutes Öl. Leinöl ist ein gutes Öl. Kann ich dir empfehlen. Gerade das von Bruno Zimmer. Da haben wir eine kostenfreie Leinöl-Probeaktion. Diesen Link verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Kriegst du eine komplette Flasche Leinöl, Bio-Leinöl umsonst und musst nicht mal die Versandkosten zahlen. Also da vielleicht ist mir gerade spontan eingefallen, ein kleines Geschenk heute für dich mit dabei. Ja, was darfst du trinken? Ungesüßte Nussmilch, also hier typisch so Mandelmilch beispielsweise. Kaffee, Tee und Wasser sind erlaubt. Wobei da natürlich eher das Wasser im Vordergrund stehen sollte. Und Tee dann, ja wenn dann überhaupt gesunden Tee, ne. Grüner Tee, weißer Tee, vielleicht ein bisschen Kräutertee und Kaffee. Schaust du einfach, wie das limitieren kannst. Was sind vegane Lebensmittel, die nicht erlaubt sind, beziehungsweise wenn du es wirklich streng nehmen willst, sind da natürlich keine tierischen Lebensmittel erlaubt. Aber, und jetzt kommt der Hack, auch keine Hülsenfrüchte, wie Kichererbsen, wie Bohnen, wie Linsen, wie natürlich auch Lupine. Also Getreide ist natürlich völlig out, Brot, Pasta, Reis und so weiter, nix da. Auch kein Obst, wie gesagt, außer Beeren und auch, und jetzt wird es heftig, kein Stärkehaltes Gemüse. Also auch keine Kartoffeln, keine Süßkartoffeln, die öfters in einer auch veganen, ketogenen Ernährung vorkommen. Und natürlich kein Zucker. Also das mal so zu beachten, was du essen darfst und was du nicht essen darfst, während einer veganen, ketogenen Ernährung. Beginne mit deiner veganen Ernährung. Ja, was ist denn da jetzt ganz, ganz wichtig? Vor allem geht es mir darum, dass du, wenn du jetzt auch nicht gerade der super Blättertyp bist oder ich sage mal derjenige bist, der sehr, sehr viel Gemüse isst, das solltest du auf jeden Fall machen, um auch deinen Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht zu halten, um relativ natürlich dich zu ernähren. Denn auch wenn du sehr, sehr stark mit Tempeh und Tofu arbeitest, sind es natürlich auch wieder verarbeitete Lebensmittel. Also solltest du da so relativ natürlich wie möglich essen und sehr viel Gemüse essen. Wenn du das nicht tust, greif auf jeden Fall auf Superfoods zurück, denn die helfen dir dann quasi, ja, während dieser Phase auch deine Mikronährstoffe zu bekommen. Also definitiv alle Kohlsorten, alle grünen Blattsorten, die haben natürlich sehr viele Mikronährstoffe, die kannst du echt ohne Ende essen, wenn du sie verträgst, auch in den Mengen, dass du auch wirklich deine Nährstoffe bekommst. Ansonsten kann ich dir empfehlen, sowas wie Baobab, was wir natürlich gestern in der Episode hatten und vor allem in der nächsten Episode, bleib da auf jeden Fall dran und abonniere diesen Podcast, wenn wir Mr. Baobab hier in der Reihe halten. Und Baobab liefert dir eben ganz, ganz viele wichtige Sachen wie Eisen, wie Calcium, wie Kalium und natürlich auch Vitamin C, um in der ketogenen Ernährung standhalten zu können. Und gerade Kalium ist hier ganz, ganz wichtig. Kalium kommt sehr selten vor in den Lebensmitteln, die du in einer veganen ketogenen Ernährung essen darfst. Und dementsprechend empfehle ich dir da schon mal Baobab zu essen oder eben zu supplementieren. Ist auch ein toller Ballaststoff, der macht dich setter. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, ist Natrium und Magnesium, denn extreme Low-Carb-Diäten oder auch vegan ketogene Diäten leiden oft an einem zu wenig an Magnesium. Und dementsprechend solltest du es supplementieren oder in Form von Nüssen zu dir nehmen. Da hilft ein Nussmus wie beispielsweise ein Macadamia-Mousse oder ein Mandelmus ganz gut. Wenn du aber auch auf Nüsse allergisch bist, dann supplementiere das auf jeden Fall. Und ansonsten empfehle ich dir solche Superfoods wie Weizengras, wie Gärsengras, wie Chlorella, wie Spirulina, die einfach sehr, sehr reich sind an Chlorophyll, die sehr, sehr reich sind an Eiweiß, aber auch an essentiellen Mikronährstoffen, dass du da mal reinschaust. Hol dir am besten unseren Superfood-Blog-Eintrag hier zugange. Den findest du in den Shownotes, in der Beschreibung oder du gibst in Google einfach mal Superfoods vegan ein. Dort kommst du auch zu unserem Blog-Beitrag. Also das ist so mein wichtigster Tipp, dass du hier eben drauf achtest, dass du dich wirklich, wirklich mikronährstoffhaltig ernährst in der veganen Low-Carb-Ernährung. Und darauf achtest, dass du genug Superfoods mit drin hast, genug Ballaststoffe mit drin hast und so wenig wie möglich fertig zubereitetes Essen. Klar kannst du auf Tofu zurückgreifen, dass du auch dein Protein und so weiter reinkriegst. Kannst aber auch natürlich, ja, letztlich sehr, sehr viel grünes Blattgemüse essen, denn da hast du sehr viel Eiweiß drin, du hast sehr viel Mikronährstoffe drin, Kalium und so weiter mit drin. Also von daher bist du da gut abgedeckt. Ich hoffe, diese Info hat dir schon mal geholfen. Ansonsten geh auf unseren Blog-Beitrag mit den Superfoods und auch zur vegan-ketogenen Ernährung. Da haben wir ganz, ganz, ganz viel zusammengefasst. Dieser Blog-Beitrag wird dir absolut helfen. Und der Zuhörer, der mir diese Frage heute gestellt hat, der hat unser Vegan Starter System abonniert. Das haben wir jetzt eben auch in einer Muskelaufbau- und vor allem Abnehmen-Variante. Schau das auf jeden Fall an. Hol dir das Vegan Starter System und du bist optimal versorgt. Nicht nur mit Informationen, sondern auch mit Nährstoffen. In diesem Sinne sage ich dir, stay healthy, stay vegan, eat your Broccoli und your Mikronährstoffe. Und vergiss nie, du bist ein Geschenk für diese Welt. Alles, alles Liebe, dein Christian. Beginne mit deiner veganen Ernährungsumstellung. Wusstest du, dass es eine Wissenschaft für die perfekte vegane Fitnessernährung gibt? Damit kannst du besser aussehen, eine schönere Haut haben, gesünder und stärker sein, Fett abbauen und du musst dazu auf nichts verzichten. Wir haben über fünf Jahre die wissenschaftlich basierten Schlüsselfaktoren einer nachhaltigen, gesunden und vollwertigen Ernährung analysiert und auf den Fitness-Lifestyle angepasst. Sichere dir jetzt dein Gratis-System und erspare dir mühsames Ausprobieren. Jetzt unter vegan-athletes.com.